Woe zu dir, O Earth and Sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short, let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Wir haben Spritly Park geschafft und machen jetzt weiter mit dem Level Magic Quarters und weil es die 666 zur Folge ist, machen wir natürlich auch eine Achterbahn oder so ein Park 666. Und hier ist ein großes Gelände, wurde freigeräumt und teilweise thematisch gestaltet. Sie sollen daraus eine interessante Themenlandschaft machen. Ja, machen wir erstmal die Eisenbahn hier auf. Bäm, auf geht's für eine Mark. Ist der Park eigentlich schon eröffnet? Wir haben hier Eintritt, 10 Mark ist in Ordnung. Hier in der Mitte ist was und eigentlich müsste man hier wieder ein 666 Gedenkpark oder sowas bauen. Haben wir hier irgendwo ein Stück Platz, vielleicht hier wieder einen Hang. Was haben wir denn für Themengestaltungen? Erstmal wieder maximal und mal so ein paar gescheite Attraktionen erstmal raushauen. Haben wir Schulden, das übliche, 10.000. Ja, okay. Planieren wir das einfach mal hier. Und machen dann lieber der 500. Folge hier ein 666. Folge Gedenkpark draus. Ist natürlich jetzt ein bisschen sinnlose Geldverschwendung, aber ich denke mal, das macht nix, weil wir das eh wieder reinkriegen. Die Kohle. Durch Touristen, die sich das angucken wollen. Aber weil es die 666. Folge ist, darf es natürlich auch gern was Besonderes sein. Oh, es hat jetzt richtig Geld gekostet. Eieiei. So, was haben wir für Themengestaltungen? Die Kleen hier. Schade, dass man die nicht anmalen kann. Da hätte ich nämlich gerne Pechschwarz, wie sich das... Oder Rot, Rot passt. Rot passt ganz gut. Und dann machen wir das einfach eben das Gelände erforderlich. Hä, was hat man dann bei dem... Bei dem anderen genommen? Bäume? Echt? Ich dachte, wir hätten hier solche Dinge hier genommen. Das geht nicht. Ohne hier Pilze kann man die ummalen, wenn man die wenigstens ummalen könnte. Na, das war's. Aber na gut, dann nehmen wir Pierschbombs, so ähnlich wie Rot. Oder mal ein bisschen... Komm, mach's weg. Ich denke mal, hier müsste das so gut hinkommen. Oder ist das jetzt eh insoweit? Das könnte... Ganz knapp nicht passen. Das geben wir schon für den Anfang Haufen Kohle aus, ohne dass wir noch gar keine Besucher haben. Aber ich will, wie gesagt, wieder ein... 666 ist der Folge... ...Gedächtnis... ...Memorial... ...Gedenkpark bauen. Komm, reiß es weg. So. Ja, doch, das passt so. Okay. So wie es jetzt ist, passt's. Wow, 666 Folgen Rollercoaster-Teig und wenn man dran denkt, dass die Folge 500 am 5. August 2017 hochgeladen wurde, kommt es einem so vor, als wäre es gestern gewesen. So, immer noch keine Besucher im Park, das ist schlecht. Eigentlich müsste man dazu auch so eine Achterbahn bauen, Teufels, äh, was auch immer. Komm, wir können einen Shuttle-Loop bauen. Ja, komm, wir bauen die Achterbahn später. Ich würde jetzt erstmal überhaupt erstmal Attraktionen bauen, um Geld zu bekommen. Da muss am Anfang, muss natürlich wieder das übliche Karussell an den Parkeingang. Wie das ja immer so ist. In Freizeitparks. Damit das uns schon ein bisschen Geld bringt. Wenn denn mal die ersten Besucher kommen. Denn wir müssen hier eine bestimmte Parkwertung schaffen. Wie war das gleich nochmal? Äh, Verkehrswert, ne? Von 30.000 Mark. Das ist, für alle, die es nicht wissen, diese Statistik hier. Karussell kriegt den Standard-Namen. Dornanza. Roten Fuß, äh, Quatsch, den roten Fußweg. Ja, 666 Folgen Roller-Kurs der Taiko. Und das ist ja... ...echt der Wahnsinn. Ach, guck mal, die Leute können ja auch in den ganzen Park rumlaufen. Das ist natürlich dann doof, ne? Dann fäden sie die immer rum von wegen... ...hier hat mich verlaufen für den Parkausgang. Nee, tsch, tsch, tsch. Muss ja auch nicht sein. So, was haben wir noch? Das Riesenrad. Das stellen wir mal hier hin. Dann planieren wir das dort mal. Oh, das hat unnötig Geld gekostet. Jetzt, achso, wir müssen noch, wie immer, echte Parknamen reinknallen. Warte mal, das kann ich eigentlich auch eins näher an den Weg bauen. Und an den Eingang hier so rum, weil ich denke mal, da werden wahrscheinlich eh nicht viele Leute mit fahren. Kann man es auch so machen. Das Ding heißt Rotator. Wann kommen denn jetzt hier mal die ersten Gäste? Das macht mir schon wieder Angst, dass hier keiner kommt. Vielleicht warten die Leute auch bis hier Hammer-Attraktion. Nur die haben Angst, weil es die 666. Folge ist. So, was die hier gerade passiert. Ich müsste mal hier wieder so, ähm... So einen Weg drumrum bauen, wo die Leute dann zugucken können. Oder zu der Stelle gelangen. So. Nee, warte mal, müsste haben wir einen roten... Ja, wir haben einen roten Weg. Das passt besser. Rote Farbe. So, und hier machen wir jetzt... Folge 666. Gedenkpark. Oh, kann man gar nicht markieren und rauskopieren. Das war schwach. Das, Leute, gleich bescheid wissen. Und das Schild ist auch rot. So. Alles rot hier. Zack. Oder haben wir gelb. Würde gelb auch passen? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist orange. Oh, ein Besucher jetzt im Park. Jawohl. Nee, wir lassen das knallrot. Wie gesagt, ein Besucher jetzt im Park. Hier kommt jetzt eine schöne, noble Umzäunung um den Park. Zwei Besucher. Es geht aufwärts. Und der erste, der geht zielstrebig zum 666. Folgen Gedenkpark. Das ist aber löblich. So gehört sich das doch. Und hier können wir jetzt die Blumen hinstellen, die wir eigentlich dort haben wollten. Die knallroten. Das soll so ein bisschen Höllenteming darstellen. Achso, da ist noch ein Berg. Freundliches Höllenteming. Zehn Besucher. Jetzt geht es doch aufwärts hier, Mensch. So, hier kommt ein Gelbe hin. Das soll so ein bisschen Feuer symbolisieren. Ich hoffe, mit dem Intro und dem Anfang war jetzt nicht ganz so schlecht gesprochen. Nicht, dass da manche irgendwie jetzt einen Lachenfall kriegen oder sowas. Aber ich habe es einfach mal zitiert. Diesen Anfang von Iron Maiden's Number of the Beast. Vielleicht kommt es ja gut an. Wenn nicht, dann... Nicht, so hier gibt es Sitzplätze, wo die Leute gucken können. So. Der Folge 666. Gedenkort. So, was sagen die Leute jetzt hier? Wir wollen was Aufregenderes als... Und hier... Ich möchte, dass Aufregenderes als... Naja, okay. Ist ein Riesenrad für euch. Aufregender, liebe Gäste. Oder weil die kleine Achterbauen haben. Oder hier sind die Schiffsschaukel. Möteraktion jetzt verfügbar. Verdrehte Stahlachterbauen. Eigentlich müsste man hier oben mit dieser Burg... Können die Leute da drauf? Nö, leider nicht. Schade. Oh, ich befürchte, dass sie dann eh wieder rumheulen... Von wegen hier hat mich verlaufen. Vielleicht machen wir das mal später, man. Dass sie dann dort wenigstens dort hoch können. Gut, dann bauen wir nochmal eine Schiffsschaukel. Ich stelle mal hinten so hin. So, dann müssen wir uns einen schönen Namen ausdenken. Ihr wisst ja, wir haben immer mal so kuriose Namen für die... Für die Schiffsschaukel, irgendwas mit Santa. Und dann dahinter, da hatten wir schon mal Santa Claus und Santa Na und solche Späße. Da, ich nehme mal das jetzt einfach... Santa... Hmm... 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 Untertitelung. BR 2018